Die Planet Wecketech. Stephans Aufwach-Arschtritt. Großeinsatz hier in 100.3 Hochwaldhausen. Unser Planet Wecketech-Opfer Steffen, der wird jetzt ganz hart und extrem weggeteckt. Bei ihm brennt es nämlich. Herr Brandmeister, Herr Brandmeister Rutz, wie sieht es denn die Lage aus? Also wir haben hier einen Schwellbrand. Die Lage ist sehr, sehr ernst. Wir müssen jetzt gleich reingehen und es können sogar Brandstiftungen sein. Brandstiftung hier in 100.3 Hochwaldhausen. Aber dafür ist unsere Planet Wecketech-Complizin, die Steffi, seine Schwester, verantwortlich. Steffi, sag mal, warum willst du deinem Bruder so hart Planet Wecketechen? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Mein Bruder ist so eine richtig falle Socke. Er geht abends bis 4 Uhr weg und meint, er müsste dann eben bis 3, 4 Uhr schlafen. Und das stört mich verdammt nochmal ganz schön. Zudem geht es darum, wenn er abends weggelt, er nimmt mir einfach mein Haarspray mit, mein Haargel, alles möglich. Und ich stehe da und habe es eben nicht mehr. Nee, also es geht gar nicht, bevor jetzt hier die Hütte abrennt und das Haarspray inklusive. Starten wir los zum Großeinsatz. Auf geht's, Jungs. Ann Achter. Er ist hier ein Historien. Du bist Planet Wecketech-Tech. Ja, genau. Du bist Planet Wecketech- und havic! Verhältnismäßig, das fehlt, bitte. Hast du die Handwerke auf? Feueralarm in 100.3 Hochwaldhausen. Du bist dann entweder gedeckt, es ist so rauchig hier. Neue. Ah! Oh Gott, hi. Hallo, wie geht es dir? Du warst ja so neblig. Bist du nackig? Das sehe ich ja gar nicht bei dem Nebel. Oh ja, bin ich immer. Ja, das ist echt wagemassig. Ich glaub's ja nicht. Ah! Stefans Aufwach-Arsstritt Die Planet Wecketeck Only on Planet Moore Music Radio